Hier an der Zieglergasse wurde heute Morgen Rasen verlegt. Also die ganze Straße ist jetzt mit Rasen überzogen, richtiger Rasen, da ist richtig Gras. Da sind Kinder am Spielen und da sind viele Aktionen, da gibt es was zu essen und die Leute haben ganz viel Spaß hier. Hallo, wir sind hier in Wien an der Zieglergasse. Hier gibt es eine ganz besondere Aktion, da ist alles Rasen verlegt. Um was handelt es sich hier? Es gibt die Europäische Mobilitätswoche und im Rahmen dieser Europäische Mobilitätswoche haben wir eben einen kleinen Bereich mitten im Bezirk Verkehr, also Durchzugsverkehr weg und einen Rasen aufgelegt, um den Leuten zu zeigen, dass die Straßennutzung auch anders sein kann. Wie man sieht, wird es auch angenommen von den Leuten und die meisten sind positiv eingestellt. So, die Kinder haben riesen Spaß hier. Die haben da eh wenig Fläche in diesem Bezirk, sehr dicht verbaut und sehr wenig Spielflächen und daher ist sowas eine gute Sache. Ist da etwas Permanentes auch geplant? Da würden die Autofahrer wahrscheinlich dagegen sein. Nein, wir planen hier in dieser Gasse, hier diesen Bereich ein bisschen gestärkt zu verbreitern und hier vielleicht Bäume an Sitzgelängen zu machen, dass man trotzdem noch fahren kann im nächsten Jahr. Das wird Wien ein bisschen gemütlicher machen hier. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne.